also da hat sie uns immer sind quasi alle wie rausgeflogen bis auf April hat uns immer durchgebracht ja ich hab gestern mit Daniel noch was war das gewesen? Trupp gespielt? Oder du? ne ich glaub Trupp und hat erst einmal gemacht ich nicht wusste es dass ich runterfliege Scheiße, mich so geförst dulein wie monatende Dinge los kamen da geh ich mal rüber und dann auf die Plattform dann da geh ich mal rüber und dann auf die Plattform dann ja, das stimmt nicht du wichser alter voll geht hingeknallt oh, wo ist er hin? und jetzt da hin und dann da und rennen boah da muss man so viel mitdenken und Timing drin haben ja labern wir mal hier die ganze Zeit in der Party, oh das wird nichts also da also da hier labern und aufpassen das das gehöne ich nicht hin ja zuhöre und spiele das geht vielleicht noch aber sonst bin ich komplett raus hier aus der Map ja ist auf Reißwecknadel gedreht haha das war das ausgesehen ja ja wir haben mal hier geschafft ja ja wie lange du nicht quittest ist mir das egal ja äh der hat ein Spiegelein vom Kopf, das ist sicher jetzt jetzt ist das kein Ei? bleibt mal stehen Tatsache das kann man sich gar nicht für Show Bugs kaufen also dafür würde ich das erst schnell verschwende ich weiß ja nicht mal ob das jetzt das müsste mit mit Show Bugs weil den habe ich im Shop schon gesehen wie gesagt aber keine Ahnung müsste ich nochmal gucken spring nach vorne runter der Weg ist kürzer und schwimmen nach rechts rennen haha wettlaufen 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 all komische Autobahnen die waren es haha ha 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 Das geht noch dichter dran. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Also wenn ich dich wechseln sollte, dann nicht, ich muss mich gleich mal wieder anstapseln. Okay. Und da jetzt auf das Ding drauf. Genau. Und dann links oder rechts. Oh, das war jetzt mies. Ja, so. So. Er wollte noch ohne Schubse. Er ist längst noch fertig. Das ist alles weg. Ich will sowas niemals machen. Ja. Ja. Nein. Ach, da hat noch die. Hat aber leider nicht funktioniert. Jetzt kommt das Schwein. Krass. Das ganze Team ist rausgeflogen. Frenetische Fabrik. Ach ja, die gibt es auch noch. Ja. 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 Leute. Ja. Na, das ganze Team ist rausgeflogen. Das ist so gut. Genau. Scheiße, ich werde mit dem Team jetzt sogar hingerannt. Ach Scheiße. Hab einer. Krieh noch einer. Der geht nur mal geil, cool. Und da vorne der auch. Ich krieg keine Punkte, die werden mir wieder weggenommen hier. So, zwei Punkte bekommen jetzt. Schon vier. Noch einen. Fünf. Noch einen. Sechs. Das kommt ja noch nix mehr. Noch einen. Super. Acht. Noch einen. Acht, komm, du hast dich. Ich hab nicht gezählt. Oh, ich, ich mein, so viele hatte ich nicht. Ich hab vier, fünf, hab ich bekommen, ja. Ich hab vier. Das ist gut. Auf geht's. Bis. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hab. reportedly, mein. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das ist die Kanone nur für uns. Ja, die geht nur zu uns. Dann gehts hier aber. Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht. Ganz weiter nur. Dann hier. Also links. Hier links. Ach scheiße. Hier geradeaus. Hier geradeaus. Hier geradeaus und jetzt zu mir genau. Jetzt ist nur die Frage. Ach, bis zum Ecke hinne. Scheiße. Warum will ich nicht immer dauer gehen? Nein. Nein, scheiße. Also noch eins weiter. Dann wohl hier. Also ganz raus. Scheiße, hätte ich nicht sollen machen. Ich weiß nicht, wo ist lange mehr. Jawoll! Ja, Sarah, unser teammate, ja. Ja, jetzt hätte ich die Strecke auch rausgefunden. Jetzt war es nämlich viel. Zum zweiten Mal gewonnen, krass. Ja. Ja. Ja.